so willkommen zu einer neuen folge auf meinem kanal rahms ist der dicke und wir haben heute was ganz besonderes vorbereitet ihr kennt bestimmt alle rabe in gefahr heute kommen die dicken in gefahr ich bin nämlich mit dem is so mit dem hannes hier bei ews ja erding wrestling show wenn ihr das kennt wenn ich lenners vielleicht gleich kennen ich möchte jetzt mal hier die halle zeigen einen kleinen einblick da rein ich habe hier so einen komischen anzug an was das ist werdet ihr vielleicht später noch sehen oder in dem musikvideo was wir eigentlich hier gedreht haben hier ist der eingangsbereich hier geht ihr rein könnt euch mal das angucken ihr seht schon da ist ein ring ja noch nie ein ring gesehen jetzt ist er da richtig geniale sache hängen auch überall plakate könnt ihr euch mal angucken hier ews invasion oder invasion einlass 18 uhr beginn 19 uhr sportbach schollbach erding sieht auf jeden fall alles genial aus und professionell hier don sheen hakim bakur nobody sir herbie da liegt der vince mcmahon als wrestlingpuppe wenn man aggression hat kann man die da auslassen hier ist eigentlich noch mehr hier ist nur alles zugebaut deswegen kann ich jetzt gerade nicht darüber laufen da wenn er genug vom leben habt fed up live hier sind aber noch ein paar andere schöne poster das hängt noch mal eins hier hängt noch mal eins das sieht auch richtig genial aus ist auch alles hier schön eingerahmt finde ich auf jeden fall richtig fresh guckt euch mal hier an alles alles gesponsert so wie es aussieht sogar edeka am start hier ist alles unterschrieben sie doch auf jeden fall richtig genial aus habt ihr schon mal den wrestling ring gesehen von der nähe also ich nicht ich nehme jetzt mal hier mit runter hier die bierkästen greppe richtig heftig kann man das auch noch in was nützliches umwandeln ja der ist wo seinen ganzen kram hingepackt sehe ich auf mir rum wir haben nämlich heute video gedreht an die box auch die musik gespielt dass wir das alles gehört haben hier habt ihr den ring ja eine ring ecke zwei ringecken drei vier wir laufen mal kurz außen rum hier habt ihr noch mehr überall wrestling poster ihr seht das ist hier so eine wie eine scheune richtiges old school feeling läuft hier einmal vorbei seht ihr diesen dicken anzug wundert euch nicht und hier haben wir auch noch ein paar heftige banner guckt euch das an erding wrestling show independent pro wrestling deutschland fahne ist am start und noch mal hier ein dickes fettes logo hier ist auch der ringgong kann man hier übernehmen aber hier drauf da ein kennungs dick kennt ihr vielleicht den habe ich vorhin auch abbekommen schön hier in die seite ich glaube das merke ich morgen noch das ist der eingangsbereich da sind wir mal rein gekommen sind dann hier schön in den ring reingelaufen das kann ich euch auch mal ganz kurz zeigen wenn wir hier rein laufen in den ring das ist alles hier gespannt ja ihr schlüpft dann hier so durch und seid schon drin dann lauft ihr hier rum das federt auch richtig klasse hier könnt ihr drauf klettern aber ich muss sagen wenn ich von hier oben runter guckt das ist sau hoch das sieht irgendwie im fernsehen alles anders aus hier denkst du wirklich du stehst auf dem 10 meter brett und willst runter springen ist auch alles ein bisschen wackelig also ich größten respekt an die wrestler immer die auf die seile steigen da drauf hüpfen das sieht alles so leicht aus im fernsehen ist es aber nicht ich stelle dich hin also läuft probieren ja ich muss ja mal mit dem füßen ach scheiße lass mich echt fallen bei der hälfte okay bei der hälfte fallen aber auf jetzt ich kündige jetzt aus meister oh da steht er wieder da ist der hannes kennt man da ist er ist wo wir fangen jetzt aber von links hier mal an da ist der monsieur na wollen sie sich mal vorstellen servus ich bin der holter und sie sind der sponsor ich bin einer von der hauptsponsoren hier von ewes auch mit ja wunderbar ohne sponsoring läuft nämlich gar nichts deswegen immer cool wenn man einen sponsor hat dann haben wir gleich daneben sitzen den hallo mein name ist christoph haas ich bin hier der promoter und veranstalter und chef hier von den ganzen von erdingwrestling show gegründet 2005 und mittlerweile machen wir bayernweit auch veranstaltungen sind auch immer gut besucht ja ja also zum beispiel wenn wir in erding die veranstaltung haben das haben wir wissen drei bis vierhundert zuschauer und wenn wir auswärts sind haben wir 100 200 zuschauer so im schnitt ihr kennt sicherlich noch die alten ecw zeiten wenn die angefangen haben auch in diesen bingo hallen die waren ja auch nicht sehr groß das war aber einfach sehr familiär eingerichtet so die sind dahin das waren immer die gleichen leute die du auch gesehen hast das war einfach wie eine kleine familie das kannst du nicht vergleichen wenn du so eine riesen promotion hast und alles mögliche das ist ein ganz anderes feeling das muss man wirklich mal erlebt haben dann ich weiß nicht ob ihr schon mal irgendwo beim wrestling wart live wenn nicht ich müsste unbedingt mal nachholen und dann haben wir noch jemanden da servus die lea oder im ring tracy winters ich bin aktive wrestlerin gerade bei der ews wie man es wahrscheinlich sieht wir haben das ring outfit heute schon gebraucht ja ich bin halt so bei den shows dabei je nachdem wo christoph sagt dass er mich brauchen kann oder haben möchte oder wenn mal andere mädels dabei sind bin ich auch dabei was ist dein finishing move ein satellite ddt hat bisher immer gut geklappt okay du wirst jetzt auch ich wessel auch selber ich wessel nicht nur hier für die ews ich kämpfe auch bei anderen promotion auch schon in der schweiz und ungarn in österreich wirklich auch im saarland halt ich komme gut rum aktuell konzentriere ich mich mehr auf die veranstaltungen aber wenn ich im ring bin dann ist mein ein gimmick mein name ist nobody jetzt denkt sich warum nobody wer den film kann terence hill mein name ist nobody da habe ich ein bisschen abgekupfert und mein finish ist der f10 das ist ein bisschen abgewandelt von den f5 und brock lesner bei mir ist eine drehung mehr mit dabei und deswegen heißt mein finish f10 eine umdrehung mehr kennt ihr ja wenn er ein bier trinkt oder so je mehr umdrehungen desto mehr steht er auch drauf nobody haben wir auch gelesen hier oben an der hier an dem banner steht da drüben überall ihr seht also wirklich das gehört ja alles zusammen finde ich auf jeden fall sehr cool gemacht und wir haben auch noch was vor habe ich gehört denn der dicke sitzt schon da ganz gespannt in seinem komischen luftanzug wir wollen nämlich jetzt rab in gefahr spielen nur mit den dicken ja dazu brauchen wir mal die kollegin brauchen mal den dicken müssen dann mal in den ring steigen die möchte nämlich mal einen move machen und vom seil irgendwie runter springen auf den ist wo drauf dass er platzt und wenn er das überlebt dann lege ich mich vielleicht auch mal hin ja und deswegen sonst einer muss es ja hochladen deswegen muss man aufpassen dass da nichts passiert weil wir werden uns was überlegen kurz und dann melden wir uns gleich noch mal zurück im ring ach so der ismo liegt jetzt also bereit der ist auch komplett aufgeblasen wir haben uns jetzt darauf geeinigt einen frog splash ausführen zu lassen muss man ja sagen weil wir führen ihn ja nicht aus der ismo wird jetzt also geplättet ich ständig mal hier rüber und falls das überlebt gucken wir mal wie das funktioniert ich wünsche euch auf jeden fall viel erfolg und mal gucken was der anzug dazu sagt sieht doch gut aus ich lebe noch alles gut ich habe gar nichts gemerkt wegen der federung hier im endeffekt kann ja auch nicht wirklich was passieren mit dem anzug weil höchstens entweicht halt die luft oder das springt kurz weg jetzt bist du dran ach so ja super nicht an den körper ja sondern lieber weg ich bin schon an den körper aber mit dem anzug ist scheiße ja der tut sich da wieder ein bisschen dann mach doch die hände woanders hin es ist aber so wirklich kann doch so es wird schon gehen ja läuft ja bist du bereit alles gut ja das war toll da merkt man dass man doch lebt ja ist glaube ich ein unterschied ob man auf ihm landet oder auf mir bei mir ist da mehr wo man drauf landet ich habe ihn gar nicht erst getroffen ja der macht so viel Luft ja da ist so viel Ruhe rum dazwischen und hier merkt man das ist so wie wappschitschi so habe ich mir das vorgestellt so macht das spaß dann Dankeschön für die Beteiligung jetzt möchte doch jemand hüpfen ja wenn wir einmal da sind ich glaube der ist wo möchte nochmal liegen und der Ramses will nochmal liegen und deswegen einen müssen wir noch weg einen müssen wir noch mitnehmen dann zieh dich am besten nochmal von er weiß ja wie die Beteiligung das vor hier nach da noch mal zu sonst ne einfach kurz mit dem auftreten das war das sehr schön ich habe ihm gesagt verpiss dich weiss verpiss dich verpiss dich du sagst du sagst sprichst mich her sprichst mich her ja war das andere besser so ein Kollege ist jetzt reingekommen hat gleich gesagt komm ist wo leg dich hin jetzt moonsault action also das hat geknallt er hat gerade einen trockenen gesprungen das gab einen Schlag ich sag's dir ist wo liegt jetzt bereit das ist jetzt ein ganz anderes Kaliber eben das sah noch spaßig aus aber jetzt geht es ans eingemachte denke ich mal das ein moonsault vom mittleren Seil gesprungen ich häng mich mal hier hin ganz sicher ja warte wir gucken mal ich bin auf Start ich bin drauf das passt alles gut oh mein Gott Knie durch fertig alles gut bei mir ist alles gut bei dir merkt man eh nicht wenn man da drauf kommt doch er ist ja nicht hier gesprungen er ist hier gesprungen du bist ja wie eine Ameise die hat keine Beine bei mir ich bestehe halt aus Kevapchitschi deswegen merkt man das komplett ich gebe die Kamera jetzt mal ab an Iswo ich spreche mal letztes Gebet wenn das das letzte ist was ihr von mir seht hier ist wo einmal für dich so er macht jetzt das gleiche wie ich irgendwo hier hin und dann los leg dich hin wir gucken dass du passt die Hände lieber an den Körper oder auf hau ja mach es dann lieber hoch sonst kannst du nicht einsetzen rutsch mal mitten ein bisschen nahe Sigi muss dich ja schon treffen ja ok passt gut bereit Kamera läuft bist du bereit? ja na klar ja gut guck mal auch wieder Beine und lebst du noch? wirst du gleich noch ein? 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 wirst du noch mal gescheit Alter weißt wie schwer es sein zu schritten soll ich ein Stück da runter? bei mir du bist nicht gut auf die Nase du bist wieder zu sitzen ab da liegen das war's von meiner Seite aus wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin peace out vorhaut oja ramses